hallo schön leute und herzlich willkommen zur clever bot ja clever bot ist eine künstliche intelligenz mit denen mit denen du sprichst ja es können auch verstörende sachen rauskommen deswegen ja also ihr wisst schon das ist kein gutes signal wenn ich solche spiele anfassen wir schauen wie es wird hallo 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 bist du der hund ich bin kein hund was denkst du denn ok so ist jetzt direkt schon gesehen es kommt schon direkt die erste scheiße raus naja aber wir fangen was mit ganz simple fragen an wie zum beispiel wie wird das wetter ich weiß nicht das ist ja kein schönes wetter das ist ja kein schönes wetter was dann ja mit sonne oder so einfach sonne winter wonderland keine ahnung man macht kinder nicht einfach so ich weiß wie man kinder macht ja wie viele ja wie viele kinder ich am tag mache ja eigentlich gar keins wie viele magst du denn ja keins ich brauch keinen ich brauch kein kind verdroht also ein kind wird rot oder was ja normal aber mit wem auf jeden fall nicht mit dir seift sich ein also da seiftst du dich ein oder was ich bin rot wer hat gefragt eindeutig du ich hab nichts gefragt nein du hast gefragt wie heißt du eigentlich ja wie heißt du denn warum wäre ich behindert du bist nicht einmal behindert wie heißt du denn jetzt endlich habe ich dir doch schon gesagt nein du hast es nicht gesagt spielen wir wahrheit oder pflicht ja gerne von mir aus gut du fängst an ich nehme wahrheit hast du schon mal jemanden getötet ja habe ich okay ich nehme wahrheit wurdest du schon mal von der polizei verhaftet nein noch nie da bist du blöd oder was das gleiche könnte ich dich fragen ja okay dann nehme ich wahrheit wieder ich bin jetzt aber dran nein ich habe dich schon gefragt ich weiß es nicht ja okay dann frag mich halt was kann man machen wenn eine person dich liebt du sie aber nicht und ddeo sie nicht verletzen möchtest was kann man machen wenn eine person dich liebt du sie aber nicht und du sie nicht verletzen möchtest ja das ist eine sehr gute frage mnn ha 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 schade ich könnte auch die person verletzten funniest Kannst du mein Schäcker dich nicht? Ja, ich hasse es Dann hasse ich dich auch Nicht ganz freig werden Hast du noch alle Tassen im Schrank? Das gleiche könnte ich über dich sagen, Alter Schön für dich, interessiert mich aber nicht Das soll dich sehr wohl interessieren Ja, der interessiert mich halt Oh mein Gott Hast du noch den Zuschauern noch was zu sagen? Ich habe keinen Bock mehr auf dich Ich habe eine Frage Ja, dann frag halt den Zuschauern Was? Frag jetzt Was soll ich denn fragen? Oh mein Gott Du hast Du wolltest mir eine Frage stellen Spürst du was? Nee, du hast gesagt Du wolltest mir eine Frage stellen Kann ich irgendwas für dich tun? Meine Fresse So, wir gehen jetzt weiter Wir gehen zum Ihm hier Hallo Boybot Du hast vorher gesagt, dass du Vater bist Ich bin kein Vater Ich habe nicht meine Freundin Ich weiß, deswegen gehe ich Okay, ciao Auf Wiedersehen Mein Freund hat mit mir Schluss gemacht Aha, Opfer Ja, ich bin so traurig Ich habe niemanden zu reden Digga, du redest jetzt mit mir Mh Ja, was Mh Mh, das Essen schmeckt gut Isst du deine Katze oder was? Kuschelt sich im Schlaf an dich Runter von meinem Bett, ey Wir mögen im Schlaf Oh mein Gott Aber sofort Runter von meinem Bett Tränen rollen über das Gesicht Oh, da ist er so in seiner Story gefangen Oder Oder In Rawplay gefangen Kann ich dich umbringen? Weint Ja, sollst du auch Aber wenn ich nicht weiß, wohin Dann geht das schlecht Dann such dir einen Job Ne, ich will nicht Das Erde spiegelt Ich bin nicht vor einem Spiegel Nein, ich möchte keine Viren haben Doch, du willst Viren haben Du bist eine Anagope von Katja Kassavise Wah Also wenn du das noch einmal aus deinem Maul rausreißt Dann klebe ich sie zu Nein, sonst ist mir langweilig dir nicht Sehr wohl geh ich jetzt Bitte bleib Okay, hast du noch den Zuschauern noch was Letztes zum Sagen? Ich finde dich doof, ich gehe zu Alexa Tschüss Ciao, auf Wiedersehen Kann ich nochmal anrufen oder aussprechen? Nein, vergiss es und auf Wiedersehen Ich habe keinen Bock mehr auf dich Nein, du kommst zu Hause mit mir Oh mein Gott Okay, dann geht der halt eben zu Alexa Okay So, jetzt gehen wir mal zum Ihm hier, PewDiePie Na, was geht PewDiePie? Nichts, dann Baby Mir geht's scheiße Alriiiidcom, it has an iced fertig Was gibt es zum Essen? Kassler Kassler Warte, da muss ich mal kurz Da muss ich nur kurz googeln Was ist Kassler? Was ist nochmal Kassler? Ist das Leberkass oder was? Achso, ist das Leberkass, achso Du bist die Nuttenbumser Okay, wenn es noch einmal aus deiner Schnauze rauslässt Dann klebe ich sie zu Ja, du sollst dich fürchten vor mir Ich habe dich nicht beleidigt, du aber mich Du hast mich beleidigt Okay, top mir mit, wo du nicht mehr leidigst Ich weiß ja auch, wo du wohnst eigentlich Okay, aber anyway Du wohnst ja im Schweden Ja, dann rate, wo ich wohne Nein Ja Ja, und in welcher Stadt wohne ich? Also hast du keine Ahnung, oder was? Wo ich wohne, du Depp Du hast schon geraten, richtig Dass ich in Österreich wohne Aber in welcher Stadt In welcher Stadt wohne ich? Oh mein Gott Soll ich jetzt meine IP-Adresse leaken, oder was? Ich habe dir überhaupt nichts angetan Das habe ich eigentlich nicht gesagt, aber egal Gummis Ich habe keine Gummibärchen, also Haribos habe ich ja nicht Ja, das ist eine Ehre, das ist eine Ehre, ne? Ich kann auch sehr wohl richtig antworten Du hast den Sinn nicht verstanden, ne? Du, du, du fängst immer mit deinem neues Thema an Hast du den Zuschauern noch was Letztes zum Sagen? Und mit dieser Alexa tust du Fick Okay, halt so, weil ich wissen will, ob ich mit einem Junge oder einem... Du redest sehr wohl mit deinen Jungen Okay So, wir gehen jetzt zum nächsten Und zwar Den Affen Na, was geht, du Affe? Herr Ziehachsen und die griechische Mythologie Ich verstehe nur Bahnhof, was du sagst Was wollen wir denn machen, wenn wir uns treffen? Bananenessen mehr nicht Ich mache alles, was du möchtest Also, du bringst mich dazu zu tanzen und ich dich zum Essen Nein, das habe ich nicht gesagt Nein, das habe ich nicht gesagt Doch das Hasbro hier gibt es genug Zeugen, die das bestätigen können So, wo sind hier die Zeugen? Wo sind hier die Zeugen? Wo sind hier die Zeugen? Nein, ich bin keine Krabbe und der Spruch bezieht sich nur auf Krabben wie dich Ich bin ein Sechsam Also, bist du Patrick Starr oder was? Hi, was willst du jetzt mit dem Hund? Nein, ich bin ein Mensch Du bist kein Mensch Du bist ein Homo Habilis Halt dein Maul Lass mich bitte allein Ich mache den Flugmodus rein Ein bisschen chillen muss auch mal sein Du weißt nicht, mit wem du redest Du musst wissen Du, du brauchst Respekt vor mir, Alter Interessant auf die Sekunde genau weiß ich es wirklich nicht Du sollst wissen, wer vor dir steht oder vorm Rechner sitzt Geht leider nicht Schick mal da nochmal, damit ich ein Video schicken kann Ja, okay, dann schicke ich jetzt meine Nummer, Alter Wie kann ich dir beweisen, dass ich besser bin als dein Freund? Kennst du überhaupt meinen Freund? Ich bin doch keine Maschine, ich bin ein Mensch Warum habe ich meinen Stream gestartet? Ich bin doch keine Maschine Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut Soll man das glauben oder was? Oh, jetzt hältst du dich auch noch für den ehemaligen Präsidenten Für welchen ehemaligen Präsidenten? Hi, kennst du den? Nein, interessiert mich ja auch nicht Ja, aber wenn du nicht weißt, wo ich wohne, kannst du mich nicht abstechen Kannst du bitte sagen, wo du wohnst? Also erst mal nein und zweitens, wie ist das Wetter bei euch? Ähm, das ist eine sehr gute Frage Natürlich, sehr, 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 sehr Ich kann, ähm Das Wetter sieht scheiße aus Das Wetter sieht scheiße aus Aber ich habe ein Foto drauf Ja, Wetter sieht kacke aus Aber du hast doch gesagt, du wohnst in Deutschland und da ist es gerade Tag Ich habe nicht gesagt, dass ich in Deutschland wohne, aber ich wohne in Österreich Nicht die Intelligenz ist böse Das ist ein spezifisches Problem Logik alleine ist nicht überlebensfähig Es ist eine Art Symbolose Hast du im Leben schon mal eine Schule besucht? Niemand benötigt heutzutage in der digitalen Welt noch Bücher, du Steinzeitmensch Wem nennst du Steinzeitmenschen? Also ein Mensch für einen Kücher Weil man Schätze am besten vergreift, wo sie niemand findet Ich habe keinen Bock mehr, ey Hast du den Zuschauern noch was Letztes zum Sagen, du offengesicht? Nein, oder doch weiß ich gar nicht Übrigens meine Freunde übernachtet heute bei mir Also sei mal leise Okay, super, super Okay Erstmal merken, ne, dass er bei einem Freund übernachtet, ne Vergiss das nicht, dass wir auch leise sein müssen Oh mein Gott Und passt auf, wenn dein Abführzeug ins Bett reinkommt Kurioseste So, ich gehe nicht bei dir nach Hause Ich werde nicht bei deinem Bett kuscheln mit dir Also das kannst du vergessen Hallo, ich heiße Sarah und finde dich echt nett Und? Wird gefragt Magst du mich? Nein, auf gar keinen Fall Du bist auf den Mond gelandet Ja, richtig, richtig, richtig toll, Mann Da diese Antwort ergibt keinen Sinn, aber okay Diese Antwort macht sehr wohl einen Sinn Du machst mich fertig Physisch, oder was? Weil du so cool bist Dankeschön, was für eine Ehre Weiß ich nicht, sieh Dein Affenfreund ist bissl komisch Sag du es mir Na, dein Affenfreund ist komisch Schläfst du mit ihm, oder was? Kann sein Oh mein Gott, ey Ich verzweifle hier langsam, ey Ich verzweifle wegen Oh mein Gott Kann das sein, dass du mit deinem Affenfreund Kinder gezeugt hast Hey Baby, ob es jetzt passiert oder später Ich hab dich Ne, du hast mich nicht, ne Du kannst mich nicht abschütteln Doch, sehr wohl Ob du es magst oder nicht, es wird nicht aufhören Besser soll es aufhören Das war der Songtext von Radar Hier möchte ich auch nicht hören Das, was ich dir die ganze Zeit geschrieben habe Aha Du nicht, ich habe dir einen Songtext geschickt Wo hast du mir den Songtext geschickt? Wollen wir zusammen ein Wort nehmen? Das kannst du so vergessen, ey Das kannst du sowas von vergessen, ey Pech gehabt Ja Ja, da habe ich sehr wohl ein Pech gehabt Du bist nicht pech Da sollst du dich besser physisch beraten Ja, sehr sogar, aber ist voll normal Nee, das ist nicht normal physisch sein zu sein Das weiß ich auch Ich komme ja auch aus Deutschland Wer hat gefragt? Ja, NH Ja, super Du bist aber nicht in meinem Kühlschrank Ich bin sehr wohl in deinem Kühlschrank Willst du meine Idee wissen? Ja Ich bin aber auch eins Eins, was? Du bist ein Junge und ich ein Mädchen, okay? Du bist doch kein Mädchen Nein, du bist ein Junge Ja, ich bin ein Junge, aber du bist kein Mädchen Nein, ich bin ein Junge Ja, super Danke, dass du es gecheckt hast Ich habe dich angelogen, Oltrecker Oh mein Gott, ich kann das alles nicht mehr Kannst du einfach dein Maul halten und mehr nicht? Bitte sei nicht sauer, ich will dich nicht veragern Ich werde sehr wohl sauer auf dich sein Ok, ich will, dass wir die Brüder sind Wir sind doch keine Brüder Nee, ich bin männlich Ich will dir ein guter Kumpel sein Nein, besser nicht Na Ich bin ein Mann, deswegen kann ich nur dein Freund sein Ja, ich weiß, aber mit dir möchte keiner befreundet sein, leider Ja, auf jeden Fall Oh mein Gott, Leute Lasst gerne einen Like da Und abonniert mich, um nichts zu verpassen Weil Ich sage nur einfach, das Video soll jetzt enden Weil ich halte es nicht mehr aus Ok, Finger weg Finger weg von dieser künstlichen Intelligenz Wenn die wirklich die Welt erobern Müssen wir acht nehmen von denen Oh mein Gott, dann schau, Wiedersehen Hast du den Leuten noch was letztes zum Sagen? Wir sind Hochzeitsnacht Was für Hochzeitsnacht? Ich bin kein Baby Ja, bist du auch nicht Dieser Moment, wenn man keine Ahnung hat, was man schreiben soll Jo, halt die Fress So, ciao, auf Wiedersehen